Moodle-Lernraum. Wie man Voraussetzungen einsetzt, um die Verfügbarkeit von Inhalten im Kurs zu steuern. Innerhalb eines Moodle-Kurses kann man ganze Abschnitte oder auch einzelne Materialien und Aktivitäten mit bestimmten Voraussetzungen versehen. Diese Voraussetzungen müssen dann erfüllt sein, ehe Teilnehmende die Inhalte ansehen oder damit arbeiten können. Ein ganz einfaches Beispiel. Für eine Gruppenarbeit hat eine Lehrperson für jede Gruppe ein Verzeichnis mit bestimmten Arbeitsmaterialien bereitgestellt. Damit die Mitglieder einer Gruppe auch nur die für sie bestimmten Materialien sehen, fügt die Lehrperson in der Einstellung des jeweiligen Verzeichnisses unter dem Menüpunkt Voraussetzungen als Voraussetzung Gruppe hinzu und wählt die passende Gruppe aus. Gleichzeitig streicht sie das Auge links von der gewählten Voraussetzung durch. Das bedeutet, dass das Material für alle Personen, die nicht der Gruppe angehören, völlig unsichtbar ist. Analog geht die Lehrperson für das zweite Verzeichnis vor. Wenn alles konfiguriert ist, zeigt eine Übersicht genau an, welche Materialien für welche Gruppen bereitgestellt werden. So sieht das also aus Lehrendensicht aus. Die Gruppenmitglieder selbst sehen einfach nur das für sie relevante Verzeichnis. Die Materialien für die andere Gruppe sind für sie nicht sichtbar. Solche Voraussetzungen lassen sich im Einstellungsmenü des jeweiligen Abschnitts, des jeweiligen Materials oder der jeweiligen Aktivität bestimmen. Es gibt eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die man sich über den Menüpunkt anzeigen lassen kann. Aktivitätsabschluss. Hier kann man verlangen, dass erst eine andere Aktivität abgeschlossen sein muss. Datum. Hier kann man den Zugriff über ein Datum und optional eine Uhrzeit steuern. Bewertung. Damit kann man den Zugriff über eine erreichte Bewertung einer anderen Aktivität im Kurs steuern. Relativ häufig wird auch als Voraussetzung das Nutzerprofil verwendet. Man kann dann den Zugriff über ein Feld im Nutzerprofil steuern, beispielsweise über die E-Mail-Adresse. So kann man ausgewählten Teilnehmenden exklusiven Zugriff auf einen Inhalt geben. Mit der Zugriffsregel kann man schließlich verschiedene Voraussetzungen logisch miteinander verknüpfen. Hierfür noch einmal ein praktisches Beispiel. TeilnehmerInnen sollen in dem Kurs ein Abschlusszertifikat erwerben können. Der Kurs besteht neben Lernmaterialien auch aus zwei Zwischentests und einem Abschlusstest. Dabei sollen die TeilnehmerInnen die Möglichkeit haben, entweder beide Zwischentests mit einer bestimmten Mindestpunktzahl zu absolvieren oder direkt den Abschlusstest erfolgreich zu durchlaufen. So etwas kann man mithilfe einer Zugriffsregel konfigurieren. Wir schauen einmal aus der Lehrendenperspektive drauf. Beim Zertifikat füge ich zunächst eine Voraussetzung hinzu und wähle hierbei den Typ Zugriffsregel. Nun füge ich nacheinander die gewünschten Voraussetzungen hinzu und verknüpfe sie dann miteinander. Der Zwischentest 1 soll mit einer Bewertung von mindestens 80 Prozent abgeschlossen werden. Also wähle ich Bewertung aus und im Dropdown-Menü die gewünschte Aktivität und aktiviere das Häkchen, dass die Bewertung größer gleich 80 sein soll. Danach füge ich als weitere Voraussetzung ebenfalls eine Bewertung hinzu, den Zwischentest 2 und auch dieser soll mit mindestens 80 Prozent geschafft werden. Nun möchte ich eine alternative Bedingung hinzufügen. Statt die beiden Zwischentests zu schaffen, genügt es ja auch, den Abschlusstest direkt zu bestehen. Ich wähle also das unten drunter liegende Feld Voraussetzung hinzufügen und gebe hier nochmal eine Bewertung ein, nämlich die des Abschlusstests. Nun muss ich nur noch auf die Verknüpfung zwischen der Zugriffsregel mit den beiden Zwischentests und dem Abschlusstest achten. Diese ist momentan mit UND gelabelt, ich möchte aber eine alternative Verbindung. Es genügt, wenn Teilnehmende entweder die Zugriffsregel mit den Zwischentests oder aber den Abschlusstest schaffen. Nun könnte ich noch über das durchgestrichene Auge all dies für die Teilnehmenden unsichtbar schalten. Dann sehen Sie tatsächlich Ihr Zertifikat erst, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllt haben. Das lasse ich aber hier weg, um transparent zu sein. So sieht sowohl die Lehrperson, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um das Zertifikat zu erhalten, als auch die Studierenden. In meinem Beispiel hat eine Studentin den Abschlusstest erfolgreich durchlaufen und erhält dann sogleich Ihr Zertifikat.